Ja hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch jetzt zeige, wie ihr die Mod Reis Minimap für Minecraft 1.4.2 installieren könnt. Erstens installiert ihr euch Winra, der Link zu Winra ist auch in der Videobeschreibung, und danach klickt ihr einfach auf den anderen Link in der Videobeschreibung, der euch dann zu diesem Minecraft-Forum führt. Dort scrollt ihr dann etwas unter und klickt hier bei Download Reis Minimap für Minecraft 1.4.2, einfach auf Download Adfly. Und nun müsst ihr 5 Sekunden warten. Hier bitte warten sie 5 Sekunden. Da wartet ihr jetzt halt den kleinen Moment, dann geht ihr auf Werbung überspringen und Datei speichern. So, als nächstes braucht ihr, geht ihr in den, also ihr gebt jetzt %AppData% ein, wenn ihr auf Start drückt, oder ihr drückt einfach die Windows-Taste plus R und gebt dort %AppData% ein. So wird das geschrieben. Und dann geht ihr einfach auf .minecraft.jar, öffnet mit Winra, was ihr euch dann ja auch heruntergeladen habt. Und das gedownloadete Archiv von der Minimap öffnet ihr auch mit Winra. Und nun müsst ihr, falls in der Minecraft.jar ein Meta-Inf-Ordner ist, müsst ihr den löschen. Und dann zieht ihr einfach diese zwei Dateien und den Ordner hier einfach rein, in die Minecraft.jar. Jo, und, jo, ja, ich kopiere jetzt noch rein. Das droht gerade bei mir ein bisschen. Und schon ist Reis Minimap installiert. Jo, danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es Probleme gibt, schreibt einfach in die Kommentare. Jo, tschau Leute. Jo, tschau Leute.